60 als Anteil, das ist eigentlich ein bisschen wenig, aber naja gut, ich kann ja schlecht meine eigenen Leute irgendwie erpressen, naja, okay, aber noch eine Sicherung, das Blöde sich braucht hier anlauernd, ach, verflucht, ich habe halt einige brauchen, New Bordeaux ist groß, deswegen hol ich sie mir jetzt nach Möglichkeit, ich schleicht doch gar nicht, ich knack nur Türen, wo ist die denn, wahrscheinlich hier, ja, okay, gut, im Hinterhof, Ach, Sonnenmist, okay, So, gehen wir mal auf die Akne, der kommunistischen Propaganda, da können wir auch direkt zum nächsten Ziel marschieren, Hallo, nicht hier, wir brauchen sofort Hilfe, gerade hat jemand einen Autosiebstahl im Hollow gemeldet, freist eine Einheit in diesem Gebiet, fahrt doch mal vorbei und schaut euch das an. Na gut, Hüppsch, gebremst, so, kommunistische Propaganda, Pass auf, was ist, äh, Guck mal, dass ich die Propaganda einfach finden kann, Joa, Wer ist jetzt? Ich komme hier nicht durch, nur mit einem Auto, wunderbar, Ich soll immer froh sein, dass ich hier nicht mit dem Auto durchspritter, Oh, wo sind wir denn hier? Kenne ich das nicht irgendwoher? Ähm, Ach, scheiße, das ist der Nachtclub. Oh, nö, wo sind jetzt meine Ziele verflucht? Hä? Ähm, Verdammt, Wo kommt die hier überhaupt? Ah, was soll's sein. Ah, Mann, Mann. Verfolgung beendet, Suche abbrechen und Streifenlieben wieder aufnehmen. Ich wiederhole, Verfolgung beendet, Suche abbrechen und Streifenlieben wieder aufnehmen. Ernst, muss ich jetzt hier? Boah. Ah, am Tanklaster vorbeifahren, okay. Da stehen auch schon ganz andere Autos. Komischerweise Familienkutschen, aber das wollte ich ja nicht heute, zerstören. Na gut. Hören wir noch den schönen Punkt da ab. Oh, wir machen alle Fehler, wenn wir Jungs sind. Aha. Oh, hat mich noch nicht mehr bemerkt. Das tut weh. Aber ich möchte Geld haben. 800. Ist nun schlecht. Moment. Oh, Moment. Ah, jetzt komm ich hier nicht raus. Verflucht. Moment. Ah, jetzt komm ich hier nicht raus. Wuii. Das war ziemlich knapp. Holla, die Waldfee. Äh, da kann sie gerade wieder aussteigen. Das ist ein bisschen doof. Auf der Rückseite muss der Verteilerkasten sein. Holla, war das knapp. Oh, da ist. Da muss ich gleich nochmal gucken, was da steht. Custom Auto. Ja, verdammt. Es braucht bloß einen Strick und es hat sich was mit der Stimme des Haulos. Okay, ich fordere einen Wagen beim Fahrzeuglieferanten an. Muss ich ihn nur finden. Ohne dass ich ihn verärgere. Aha. Wo kann ich denn... den netten Fahrzeuglieferanten? Hm. Nur Fahrzeuge, die ich ihn liefern lassen kann, können mitjumpt werden. Wo ist denn der Lieferdienst? Oh, nimm ich mir den Truck. Kann mal hinfahren. Okay. So ein Mist. Aber immerhin weiß ich jetzt, dass der Laden da ist. Ist das nur die Frage? Ah, gut. Oh, schick. Ein Kapio. Wo kann ich mir denn bitte einen Wagen liefern lassen? Ich wäre ja immer echt dafür, dass ich meinen alten Wagen dann zurückbekomme. Das wäre schon was cooles. Ach, das ist das Cop Café. Das ist es. Okay. Also falls ich da mal aus... ...dass ich da mal richtig loslegen will... ...ja, das wohl das Wichtige. Okay. ...dass die schrullige Kuh dann noch mal reinschaut. Na? Komm her, du kleiner Haikerl. ...wunderbar. 21 Geld dazu bekommen. Das habe ich gehört. Moment mal. Da passiert was. Kommst du her? Das wäre sehr freundlich von dir. Äh. Das muss ja nicht unbedingt hier auch knallen. Sieht genauso aus wie gerade eben. ...drehe um, Kleiner. Was zum Teufel? Er bewegt sich. Wunderbar. 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 Okay. Habe ich in der Gegend das noch nicht verwanzt? Eigentlich ja schon. Hm. Egal wer gewinnt, ich bete darum, dass Gott sein Ernst in die richtige Richtung führt. Hä? So, jetzt kann es gut losgehen. Was soll denn? Weiß einer, was hier los ist? Komm schon. Ach, na, also. Wie, das letzte Mal. Einfach alle hoch aufs Dach geschafft. Na ja, dann kann ich mich doch mal auf x hin hocken und. Achso, habe ich ja schon. Hm. Kriege ich den hin, wenn ich den... Hm? Müsste eigentlich klappen. Müsste wohl hinhauen. Na, was ruckelt das denn so? Okay. Das ist ein bisschen... ein bisschen krass. Gut, dass er nicht gemerkt hat, dass der Kerl tot ist. Das ist blöd, wenn man sich hinter so einer kleinen Deckung befindet. Den muss der doch gesehen haben. Alter. Kann doch nicht sein, dass die den nicht gesehen haben. Dann schmeiße ich den einfach mal hier hin. Großteils außer Sicht. Das soll erstmal reichen. Waufein. Waufein. Danke für die Info. Ah, guck mal. Da kann ich mich auch Gesundheit aufgefüllt. Schön. Da kann ich gerade noch den, äh... Schrank hier plündern. Okay, Medizinschrank ist da. Ist es der Kerl, mit dem ich reden soll, oder... Da ist noch ein Waffenschrank, da sind noch Kerle. Muss der ja natürlich gehört haben. Komm schon. Was auch immer hier mein Ziel ist. Weil ich den hier immer noch das Geschäft schwer machen soll. Hm. Ja, noch ein Kleiderschrank für mich. Vielleicht sollte ich die einfach Verstärkung rufen lassen, wer weiß. Ich hab ja keine Ahnung, was hier das Ziel ist eigentlich. Gott, was ne schrottige Waffe. Was ne schrottige Waffe. Das ist unglaublich. Hm. Irgendwann, ja. Was haben wir denn hier? Kommt her, ich seh' ihn. Wenn du mich siehst. Ich stopf ihm das Maul. Ist immer noch die Frage, was ich hier soll. Oder ob ich da immer noch... Ich piss auf den Grab. Vielleicht hab ich's versaut, indem ich die... indem ich die Kokain-Dinger da nicht zerlegt habe. Ich wusste es ja nicht. Ich hab's nicht bemerkt, sagen wir es mal so. Oh. Ah. Verfluchte Axt. Ah. Das nervt's denn hier noch irgendwo. Drogen... Kisten oder so. Das muss ich ganz einfacher machen. Aber ich komm ja alles nicht weiter hier. Hm. Ich von hier aus... Oder nicht manche davonieren. Oh. Das nervt. Irgendwas stimmt nicht. Hm. Journal. Archiv-Ansehen. Ah. Ah. Ihr macht mich fertig, ey. Ihr macht mich wirklich fertig, ja. Oh, Mann. Wie kann ich denn jetzt wieder... das nervt. Ich komm nicht weiter. Wie komm ich hier bitte weiter? Ich kann doch nicht nur... hier rumfahren und... gucken wo... Wenn das noch mal wieder rauskommt. Das geht ja auch nicht... was geht denn? Das geht ja auch nicht. 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 funktioniert so ärgerlich wieder